hallo leute ich weiß die videos die sind zurzeit ein bisschen langweilig weil ich keine schönen landschaften und so zu bieten haben ich wollte euch aber mal erzählen was ich jetzt gemacht habe ich war gerade vier stunden in diesem in diesem gebäude drinnen und habe gerade mal hier das rote gemacht also hier das rote und da das rote ging um die geschichte aboriginal hier in australien und alter falter ich bin dazu raus weil ich mich gleich noch treffe mit einer mit der tochter des zweiten ehemanns der tante wo ich gerade bin ich glaube das ist richtig hammer 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 interessant was man alles sieht und ja und für die die schöne landschaft sehen wollen ich verspreche morgen die nach st martil da oder irgendwas an den strand ich wünsche euch denn ich bin gut